Wir alle ganz her, wir übergehen uns ganz locker mal gemütlich, hier unten zum Eingewinnern. Breakdowns, das ist hier los für mich. Dann fangen wir mal ganz langsam an, dass sich der Magen lang gewöhnen kann. Richtig. Ihr wisst ja, die Plastiküten für besondere Notfälle befinden sich unter dem Sitz. Aber wenn ihr nicht mehr können, konzentriert euch nur auf den Kragen. Eures Nachbarn kleckert mich in die Gondel, ok? Wer bricht, wer wischt? Mensch, wie das hier greicht er jetzt schon? So wie sieht's aus? Seid ihr bereit? Wollt ihr alle schnell auffahren? Ja! Doch wird das aber nix. Ihr seid viel zu leise, Partypeople. Hier ist das Gute, ohne Kameroselle, hier muss man Stimmung machen. Seid ihr gut drauf? Wollt ihr schnell auffahren? Ja! Ja, oder so wie wir sagen, ja, jetzt geht's an die Gäste. Jetzt kommt der Schwung, jetzt kommt der Spass. Jetzt kommt der Spass. Jetzt kommt der Spass. Das war noch für den Anfang nicht schlecht und das war ja eigentlich alles von mir. Aber sagen wir Ihnen das wieder auch zweimal. Matthias Spass. BK-BK So, allgemeine Gesichtskontrolle, alle Maschen im Lächeln. Was war denn das jetzt aus? Habt ihr noch Bock? Was war das denn einer für alle noch was? Habt ihr alle noch Bock? Verrückt ihr nur eine Zugabe? Ja, gebt alle die Arme nach oben, ich will alle Hände sehen. Put your hands up in the air, baby! Jetzt geht's ab, wir haben eine Frage. Rock noch hier! Rock noch hier! Rock noch hier! Und ihr Wettbewerke diverse berühmt 화akah? Halt ins Jahr! Halt ins Jahr! Wir halten an Privatröm ist die Fahrer und Brunnen zum Schluss am Gebäude!